Adelfos Teppich. Hier fort Sankt Adel vor Leben an, die Engel verkündigen uns den heiligen Mann. Ave Deo dilekta et omne genstum. Danach ist er in die Welt geboren und zu Schulen der göttlichen Kunst verkoren. Danach war er erwählt, Bischof zu Metz. Hier triebet er die Tüfelus noch geistlichem Gesetz. Hier hätte er die Toten erquicket zum Leben und den armen Lüten Großalmusen gegeben. Er hat die Bürgerin geherbergt von allen Enden und armen ihr Füße gewaschen mit seinen heiligen Händen. Hier ist er tot und kommen zu ewigen Leben. Dann geht es weiter auf der anderen Seite der romanischen Kapelle. Hier ist er löbelig erhebet, der in dem Himmel ewiglich lebet. Und war er geführt von Nüwile in die Stadt. Da er viel Wunderzeichen vollbracht hat. Da er viel Wunderzeichen vollbracht hat. Hier erquicket er die Jungfrau im Brunnen Syvastod. Und er loste das Kind in dem Kessel aus heißer Not. Danach ward er hier gezeuget mit Lobe und großen Ehren. Hier suchen ihn die Sinne Gnaden und Hilfe begehren.